Wie behandeln und geschwollene Lymphknoten-Guer? Die Lymphknoten, auch als Lymphdrüsen bekannt, die im ganzen Körper zu finden sind, sind ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Sie helfen dem Körper erkennen und Keime und andere Fremdstoffe zu bekämpfen. Gemeinsame Bereiche, in denen Lymphknoten entfernt werden, umfassen den Hals, unter dem Kiefer und Kinn, hinter den Ohren, auf der Rückseite des Kopfes, den Achselhöhlen und der Leiste. Wenn die Lymphknoten anschwellen, kann es ein Problem als Lymphadenopathie oder Lymphadenitis bekannt verursachen. Ein geschwollener Lymphknoten kann von der Größe einer Erbse zu einem Ei reichen. Geschwollene Lymphknoten sind ein Zeichen dafür, dass etwas falsch ist irgendwo in ihrem Körper. Die häufigste Ursache ist eine Infektion, die einen feiterten Zahn, Ohrentzündung, Erkältung, Masern, Mononukleose, Tonsillitis, Gingivitis und Infektionen der Haut enthält. Bestimmte Immun- oder Autoimmunerkrankungen, wie Rheumatoide Arthritis, Lupus und HIV kann auch geschwollene Lymphknoten führen. In Zeiten, Krebs und bestimmte Medikamente verursachen auch dieses Problem. Darüber hinaus in der Größe zunimmt, geschwollene Lymphknoten können zart und schmerzhaft sein. Abhängig von der Ursache, können die Symptome auch eine laufende Nase, Halsschmerzen, Fieber, Husten, geschwollene Gliedmassen, Nachtschweiß und allgemeine Schwäche. Behandlung für Lymphadenitis hängt von der Ursache. In einigen Fällen wird die Quellung mit der Zeit verringern. Sie können auch bestimmte Veränderungen im Lebensstil und Heilmittel einhalten, um geschwollene Lymphknoten zu behandeln. Wenn jedoch die Schwellung dauert oder weiterhin für mehr als ein paar Wochen, um zu vergrößern, Arzt aufsuchen. Hier sind die einige Hausmittel für geschwollene Lymphknoten. Warme Kompressen Ein bewährtes Mittel Schwellung der Lymphdrüsen zu reduzieren, ist warme Kompressen. Die heiße Temperatur trägt zur Steigerung der Blutzirkulation, was wiederum reduziert sowie Schmerzenschwellung. Tauchen Sie ein Waschlappen in warmes Wasser und wringen Sie das überschüssige Wasser. Dieses warmen Waschlappen auf die geschwollene Lymphknoten für 5 bis 10 Minuten. Ein paar Mal wiederholen täglich bis die Schwellung verschwunden ist. Sie können sogar den geschwollenen Bereich mit warmem Wasser ein paar Mal täglich waschen. Zweite Massage Ein weiteres wirksames Mittel ist Massage der Lymphknoten. Massage stimuliert die Lymphknoten sie normal funktionieren zu helfen. Dies hilft, die Schwellung über einen Zeitraum abklingen. Darüber hinaus wird die Ansammlung von Verunreinigungen in den Knoten zu verringern. Mit den Fingern sanft massieren die Lymphknoten für ca. 5 Minuten. Tun Sie dies 2- oder 3-mal täglich, bis die Schwellung verschwunden ist. Sie können auch einen Professionellen sie eine Lymphdrainage-Massage zu geben. Salzwasser Ein Salzwassergeigle kann zur Verringerung der Schwellung und Entzündung in Lymphknoten im Hals verursacht durch eine Infektion in der Kehle von Vorteil sein. Mischen Sie 1-2 Teelöffel Salz in 1 Tasse warmes Wasser. Gurgeln mit dieser Lösung auf Erleichterung. Tun Sie dies ein paar Mal täglich für etwa eine Woche. Knoblauch Knoblauch hat entzündungshemmende Eigenschaften, die Schwellungen in den Lymphknoten helfen können reduzieren. Dieses Antibiotikum Nahrung hilft auch, das System zu reinigen, lindern die Symptome und die Heilung fördern. Essen Sie 2-3 rohe Knoblauchzehen täglich. Fügen Sie Knoblauch in Ihrer Küche auch. Massieren Sie den geschwollenen Bereich mit Knoblauchöl für ein paar Minuten, zwei- oder dreimal täglich. Oder nehmen Sie eine Nahrungsergänzung mit Knoblauch täglich nach Ihrem Arzt. Apfelessig Apfelessig ist ein weiteres wirksames Hausmittel für geschwollene Lymphknoten. Es hilft, eine alkalische Umgebung schaffen und einen gesunden pH-Wert im Körper aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus hilft seine antibakterielle Eigenschaft jede Infektion zu bekämpfen, die dieses Problem verursachen können. Mischen Sie gleiche Mengen von rohen, ungefilterten Apfelessig und Wasser. Genießen Sie einen Waschlappen in der Lösung und wenden es auf dem geschwollenen Bereich. Warten Sie 5 Minuten, bevor es mit warmem Wasser abspülen und dann trockentopfen. Wiederholen Sie einmal oder zweimal täglich. Auch mischen Sie 1 Esslöffel rohen, ungefilterten Apfelessig und ein wenig Rohhonig in einem Glas Wasser. Trinken Sie es zweimal täglich. Honig Honig ist ein weiteres natürliches Heilmittel, das vergrößerte Lymphknoten hilft behandeln. Die entzündungshemmende Eigenschaft hilft, Schmerzen und Schwellungen lindern. Darüber hinaus hilft seine antibakterielle Eigenschaft, um die Infektion zu bekämpfen, die wahrscheinlich dieses Problem verursacht. Mischen Sie 1 bis 2 Teelöffel Rohhonig und etwas frischem Zitronensaft in einer Tasse Wasser. Trinken Sie es zweimal täglich für eine Woche. Tragen Sie etwas Rohhonig auf dem geschwollenen Bereich, lassen Sie es für 10 bis 15 Minuten sitzen und dann spülen Sie es mit warmem Wasser. Tun Sie dies zwei oder dreimal täglich, bis die Schwellung abklingt. Rezinsöl Sie können auch Rezinsöl verwenden, die entzündungshemmende und analgetische Eigenschaften besitzt, Schwellung in Lymphknoten zu reduzieren. Es verbessert den Fluss der Lymphen während des Körpers, um die Entfernung von Toxinen zu beschleunigen. Dies hilft, reduziert die Größe der geschwollene Lymphknoten. Es gibt auch einen Schub für das Immunsystem. Reiben Sie vorsichtig etwas kalt gepresstes Rezinsöl auf dem geschwollenen Bereich für 5 Minuten. Legen Sie eine warme Kompresse auf dem Gebiet für weitere 5 bis 10 Minuten. Wiederholen Sie diese Abhilfe einmal oder zweimal täglich für eine Woche. Kurkuma Diese therapeutische Kraut ist besonders wirksam bei der Schwellung der vergrößerte Lymphdrüsen abschalten zu müssen. Es hat entzündungshemmende sowie schmerzlindernde Eigenschaften, die Schwellungen und Schmerzen zu reduzieren. Es kann sogar die Bekämpfung von Infektionen und Heilung zu erleichtern. Mischen Sie 1 Esslöffel Kurkuma-Pulver mit genügend Honig zu einer Paste zu machen. Wenden Sie es auf dem geschwollenen Bereich, nur 10 Minuten warten und dann spülen Sie es mit warmem Wasser. Folgen Sie dieser Mittel zweimal täglich für etwa eine Woche. Trinken Sie ein Glas warmes Kurkuma-Milch zweimal täglich. Eine weitere Option ist Kurkuma-Ergänzungen zu nehmen, nach einem Arzt. Echinacea Ein anderes häufig verwendetes krautgeschwollene Lymphknoten zu behandeln, ist Echinacea. Es verfügt über leistungsfähige antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Es hilft durch Reinigung der Blut- und Lymphknoten das Lymphsystem sowie der Bekämpfung von Infektionen zu stärken. Anwenden Echinacea-Creme oder Salbe topisch zwei- oder dreimal am Tag Schwellung zu reduzieren. Sie können auch für nicht mehr als 1 Woche 1 bis 2 Tassen von Echinacea-T täglich trinken. Alternativ Sonnenhut-Ergänzungen von 300 mg nehmen, zweimal täglich für eine Woche. Fragen Sie Ihren Arzt vor der Einnahme dieses Ergänzen. Hinweis, vermeiden Einnahme dieses Kraut intern für mehr als 1 Woche. Die Leute von Autoimmunerkrankungen leiden, sollten dieses Kraut zu vermeiden. Clivas Herbalists empfehlen die Verwendung von Labkraut, wissenschaftlicher Name, Galliumaparine, auch als Klettenlabkraut und Sticky-Vid bekannt, Lymphadenitis. Diese therapeutische Kraut trägt die Funktion des lymphatischen Systems ordnungsgemäße funktionierend zu verstärken. Dies hilft, Schwellungen zu reduzieren. In 2 Teelöffel dieses Kraut auf eine Tasse heißes Wasser. Steile für 10 Minuten, spannen Sie es dann. Trinken Sie diesen Tee 2- oder 3-mal täglich, bis Sie Verbesserung bemerken. Alternativ dazu können Sie 20- bis 30 Tropfen Spalter Tinktur mit Wasser täglich gemischt. Hinweis, vor der Verwendung dieses Kraut, fragen Sie Ihren Arzt. Weitere Tipps Holen Sie sich ausreichend Ruhe Erholung zu unterstützen. Nehmen Sie ein warmes Bad oder zweimal täglich duschen. Trinken Sie 2- bis 3 Tassen grüner Tee täglich. Vermeiden Sie körperliche und psychische Belastung. Versuchen Sie Yoga, Akupunktur, Meditation und Bewegungssymptome zu bekämpfen. Beenden Sie das Rauchen sowie Vermeidung von Tabakrauch. Stoppen Sie zu trinken, wie es Ihr Zustand verschlechtern kann. Befolgen Sie eine gesunde Ernährung, die reich an Vitaminen C und E, Eisen, Calcium, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren.